In 2022, ich möchte, dass die Leben wieder auf alle Pläne, die die mehr agréable machen, insbesondere kulturell oder sportlich, weil es mein Bereich ist. 2022 würde ich ganz gerne wieder in Cafés oder Bars sitzen und dort an einem persönlichen Schreibprojekt, an dem ich auch schon eine kleine Weile sitze, weiterarbeiten. In 2022, ich möchte nur die Energie positiv, die Freude, die Freude und neue Personen treffen. Ich finde diese Unbeschwertheit, die verloren gegangen ist sehr, sehr schade und ich würde mir wünschen, dass man einfach auch mal wieder leichter mit anderen Menschen ins Gespräch kommen kann. 2022 hoffe ich, dass ich mehr Kontakt mit Menschen haben werde und nicht so viel Zeit von dem Computer verbringen muss. 2022 möchte ich wieder ein Stück weit Normalität, wieder ein normales Studentenleben und auch wieder einfach ein Stück weit Unbeschwertheit. Also, dass man sich nicht immer informieren muss, welche Regeln gerade gelten oder sich Sorgen machen muss, dass man sich ansteckt. Niemand nous obligtet zu rester pessimistisch. Au contraire, allons de l'avant et continuons de regarder devant. 2022 2022 2022 2022 2022 2022 Vielen Dank.